Mike Irwin ist unzufrieden, weil sein Vertrag nur noch kurze Zeit läuft. Er weiß nicht, wo er in Zukunft spielen wird. Gucken wir uns das ganze mal an. Diese Saison... Können die nur die ganzen Verträge in eine Saison auslaufen lassen? Minero müssen wir unbedingt verlängern den Vertrag. Mindestens zwei Jahre machen wir drei draus. Obwohl zwei Jahre, der Junge ist 36. Machen wir 155.000. Kommt, wir bauen uns doch hier eine Mannschaft auf. Die können uns doch jetzt nicht dann auch entlassen. Das geht ja nicht. Nonnenmann können wir auch den Vertrag verlängern. Komischerweise geht das. Das funktioniert, dass wir Verträge verlängern können. Aber Spieler zu kaufen geht nicht. Also ich meine, wir geben denen ja auch teilweise mehr Geld. Sasso sollten wir auch verlängern. Bei Aqua bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Da hatte ich ja schon einige Verträge verlängert, weil wirklich fast der ganze Kader hat in dieser Saison Vertragsende gehabt. So, welcher Spieler war das jetzt gerade, der sich da... Hier, Mike Irwin. Ist nicht so schlecht eigentlich, ne? Das wäre sogar vielleicht mal einer für die erste Mannschaft. Achso. Ja, er will gar nicht. Ja, warum beschwerst du dich denn dann? Dann kann ich dir auch nicht helfen, wenn er sowieso nicht bleiben will. Genau. Genau. Wir wollen mit den Spielern den Vertrag verlängern. So, als nächstes geht es gegen die Sportfreunde Lotte. Minero bleibt. Sehr gut. Unser bester Spieler bleibt beim Verein. Das sollte doch auch mal den Vorstand interessieren. Mike Irwin wirft ihren Co-Trainer vor, von Taktik keine Ahnung zu haben. Ja, das geht aber erst... Das geht überhaupt nicht. Das läuft hier so nicht, Kollege. Erst sagen, er will weg und dann noch hier alles schlecht reden. So, dann können wir jetzt was auswählen. Ähm, normal. Ich glaube, wir haben hier keine großartigen Unruhe-Geschichten in der Mannschaft. Disziplin ist normal. Noch nie negativ aufgefallen. Ich glaube, da reicht eine normale Strafe aus. Oh nein, Minero ist verletzt. Das ist nicht gut. Vor unserem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte und der kann nicht spielen. Das ist jetzt ein Problem. Also, das ist echt ein Problem, weil Minero ist einer unserer besten Spieler. Grober wird mal wieder auf die Bank kommen, obwohl der nicht... Ja, nee, der ist nicht in guter Form. Aber das sind die anderen hier auch nicht. Also, wird es mit dieser Mannschaft wohl oder übel funktionieren müssen? Wie lange fällt er aus? Drei Wochen. Das ist nicht schön. Ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Kommt schon. Und bitte lasst uns dieses Spiel gewinnen und den Vorstand glücklich machen. Da haben wir ein paar kleinere Chancen nur für uns, aber immerhin sind diese Chancen schon für uns und nicht für Sportfreunde Lotte. Hier mittlerweile in der dritten Liga spielen. Also, in echt jetzt. 1 zu 0 gegen uns. Martin Hess. Aber es ist ein Heimspiel. Da kann doch auch vieles passieren. 2 zu 0 gegen uns. Was ist da los? Innerhalb von ein paar Minuten Jan Havel immerhin 1 zu 2 wir sind wieder dran. Und es fällt das 1 zu 3 direkt. Was ist denn da los? Wo steht denn da bitte unsere Abwehr? Philipp Lang können wir mal raus da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Der ist in so guter Form. Was machen wir da nur? Groß können wir rausnehmen und dafür vielleicht Aqua bringen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, wir müssen aber noch weiter campen. Das ist es noch nicht gewesen. Havel loben Bauer und noch einen. Komm hier wen haben wir noch? Arslan. Gute Halbzeitansprache. Ob das reicht um noch 2 Tore aufzuholen? 2 zu 3 Thomas Klaassen Vorlage Vorlage von Philipp Lang unserem Linksverteidiger. 2 zu 3 nur noch. Also es ist noch was drin. 55 Minuten sind nämlich gerade mal rum. Und das Spiel kippt dann doch ein bisschen in unsere Richtung. Kleinere Chancen waren jetzt für uns dabei. Jetzt kommen erstmal nur Auswechslungen. Wir wechseln auch mal lieber aus. Stahl ist nicht so gut, aber wen sollen wir dafür bringen? Vielleicht Stürmer ist auch schwierig. Stahl sollten wir doch vielleicht rausnehmen und dafür grober bringen. Einen Wechsel haben wir dann noch übrig. Da warten wir noch ein bisschen mit ab. Viertelstunde ist noch. Komm es fehlt noch ein Tor. Nein nicht für Lotte. Für uns. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Schluss Pfiff. 2 zu 3 verloren gegen Sport von Lotte. Oh je. Das ist nicht gut. und die stehen auf Platz 13. Oh je. Es sieht nicht mehr gut aus. Mann dass Minero jetzt verletzt ist passt eigentlich überhaupt nicht. Also mir passt das überhaupt nicht weil er eigentlich ein unserer besten Spieler ist. Nicht nur vom Rating her sondern auch von der Ausstrahlung finde ich der bringt immer ein bisschen was mit ins Spiel was die anderen nicht haben und jetzt geht's auch noch gegen Eintracht Trier Tabellen Vierter und für für uns geht's in diesem Spiel um unseren Job also wir haben eigentlich ganz ganz wenig Chancen 10.000 Zuschauer werden erwartet die wollen natürlich sehen wie Trier uns fertig macht aber denen gefallen werden die nicht tun wir werden nochmal mit unseren Spielern sprechen so unser Keeper du hast gut trainiert Philipp Lang naja mit dem haben wir schon so oft gesprochen vielleicht reden wir mal mit Eike Mund ähm Give Training alles so das war jedenfalls nicht so schlecht groß nein Moment da auch nicht in Topform verspricht sich voll rein zu hängen Minero ist leider verletzt Aqua vielleicht auch eher okay Havel gut trainiert sein Vertrauen zu uns ist relativ hoch das ist doch schon mal was Bauer Mittel wir brauchen dich auch in Topform im nächsten Spiel es geht um viel und wir bleiben bei dieser Aufstellung weil Minero ist immer noch verletzt da können wir nicht viel machen schade echt echt schade ist auch der Spieler mit dem meisten Talent im Team wir bleiben dabei bei dieser Aufstellung und hoffen einfach auf Punkte kein Zweikampf aus dem Weg gehen beeinflussen fährt eigentlich die Verträge ihrer Spieler die Aufstellung nein die sportliche Leistung entscheidet sonst nichts ist auch wirklich so weil wenn man die Vertragssituation bei uns anschaut dann können wir danach gar nicht gehen zehn Minuten rum wir haben noch kein Gegentor passiert das zeigt glaube ich im letzten Spiel gegen die Sportfunde Lotte ein bisschen anders aus 1-0 für Trier und das nach 21 Minuten scheinbar kommen wir hier nicht so gut zum Zug aber ich meine es ist auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten das ist der Tabellen vierte die spielen um den Aufstieg tun wir 40 Minuten rum Halbzeit 1-0 immer noch alles im machbaren Bereich aber ist schon nicht ganz einfach hier glaube ich gegen Trier zu bestehen motivieren wir mal unser Mittelfeld auch Havel natürlich Aslan motivieren wir auch mal das war eine gute Ansprache was will man mehr machen und irgendwie noch den Ausgleich machen das wäre glaube ich sehr wichtig sollen wir jetzt schon auswechseln die Frage ist wen wechseln wir aus Chance für uns aber wechseln mal ich tue mich ein bisschen schwer damit immer Havel auszuwechseln weil Sasse nicht die Qualität hat aber wir versuchen es doch mal Stahl raus Aqua rein können wir mit Groß tauschen achso ja Quatsch das habe ich ja schon gemacht das ist ja gar nicht Halbzeit so irgendwie den Ausgleich machen gelb für uns ist es das jetzt gewesen als Trainer von der Tusk Koblenz es hat den Anschein denn wir verlieren auch dieses Spiel haben zwar nur zwei Punkte Rückstand Julian Korb übrigens hier den würde ich mir auch holen aber naja die Frage ist was passiert jetzt hier müssen wir uns nochmal einen neuen Verein suchen und die Frage ist was machen wir dann wenn wir einen neuen Verein haben vorerst nicht vorerst scheinbar nicht die Arbeit geht ganz normal weiter das Vertrauen hier ist immer noch bei 1 von 20 scheinbar kriegen wir noch das Spiel gegen SC Wiedenbrück und Stahl hat sich verletzt was ist hier los was zur Hölle machen die da pass auf dann machen wir das so wir nehmen groß dahin und tauchen stahl mit mit grober und aqua ich würde erstmal mit aqua versuchen weil das die offensivere variante ist und dann wir nehmen mit auf die bank vielleicht klappert das ist eigentlich keine schlechte mannschaft da es fehlt es fehlt einer es fehlt ganz klar minero und hoffentlich gewinnen wir das spiel wäre glaube ich ganz ganz wichtig die form ist im keller bei uns warum das wir haben jetzt mal kleine serie wir werden ihnen das leben schwer machen ihr team gilt als klarer favorit in diesem spiel wie wird ihr team mit dieser situation klarkommen wir werden unser Gegner ohne zweifel von platz hauen das kann ich mir nicht vorstellen ich sehe uns nicht unbedingt als favorit mein team ist kein team der erheblichkeit ich rechne daher mit einer konzentrierten guten leistung ich sehe uns nicht mal als favorit wir sind auf dem abstiegsplatz die sind elfter und zack eine minute rum wir liegen 1-0 hinten also wo sind wir da bitte der favorit aber müssen das spiel trotzdem noch gewinnen wir haben 89 minuten zeit um zwei tore zu schießen das muss ja wohl möglich sein auch in unserer form die würde ich mal sagen nicht mal so schlecht ist wie sie jetzt gerade dargestellt wurde aber 30 minuten rum immer noch 0-1 gegen den SC Wiedenbrück da muss doch was gehen und ich bin mir hundertprozentig sicher wenn wir das verlieren sind wir entlassen 2-0 das kann doch nicht wahr sein was ist denn mit der Abwehr los also die war so stabil das kann doch nicht wahr sein so es ist halbzeit meine gute bauer was machst du da das kann nicht wahr sein wie die jetzt spielen das geht gar nicht so team an die ehre appellieren die schlechte stimmung im team verhindert dass die spieler ihnen zuhören wer ist eigentlich kapitän naja ich kann den nicht sprechen lassen weil das wird wieder nichts so aqua motivieren havel motivieren so zweite halbzeit es muss doch jetzt mal irgendwie was hier funktionieren wir sind hier mit der erwartung eines sieges ins spiel gegangen und wir kriegen einen 2 0 rückstand zur halbzeit das kann es einfach nicht sein und ich bin mir im moment relativ sicher dass wir das spiel verlieren wenn wir jetzt nicht langsam mal hier ein Tor schießen wird das auch nichts mehr mit dem unentschieden 3 0 rückstand ich glaube wir können unsere sachen packen und werden uns einen neuen verein suchen wo wir allerdings ein bisschen was anders machen werden also ich bin mir jetzt zu 100 99 prozent sicher dass das unsere entlassung sein wird die zweite nach kiel ich weiß noch nicht was ich jetzt hier wirklich falsch mache weil ich bin eigentlich der meinung dass wir jetzt nicht so viel falsch gemacht haben lassen wir uns tatsächlich weiter arbeiten so groß jan habel hat sich bei einem sozialen netzwerk registriert um mit seinen fans zu kommunizieren nach vier wochen ist die zahl seiner fans und freunde immer noch einstellig super das passt ja so die verträge darum kümmern wir uns jetzt nicht wir haben andere probleme beweist lieber mal dass ihr noch dass ihr noch gut spielen könnt und nicht also dass sie sich diese verträge auch quasi verdienen jetzt geht es nämlich gegen den scida oberstein am 31 spieltag echt sollten wir diese saison überstehen ohne abzusteigen das wäre wahnsinn aber wir dürfen tatsächlich noch weitermachen das ist das was mich überrascht so stahl können wir wieder auf die bank tun immerhin wir werden ihn aber nicht ein wechseln das ist so eine frage was wir jetzt machen sollte ich jetzt grober statt aqua bringen ich werde mal arslan austauschen und gentner werde ich auch mal rein bringen weil die deutlich frischer sind das ist die haben viele spiele gemacht das ist verständlich dass die jetzt ein bisschen fertig sind vielleicht liegt es daran was ist eigentlich mit minero immer noch verletzt okay mit dieser aufstellung werden es angehen scheint so als wäre der sc idar oberstein nicht unbedingt besser wir können das gewinnen 1 zu 0 für uns jan habel yes und das in der ersten minute schön wir kassieren gleich wieder den ausgleich fünfte minute 1 1 und auch gleich das 2 1 natürlich warum nicht turbulenter beginnt hier in den ersten 8 minuten gleich drei Tore aber immerhin haben wir schon mal ein Tor geschossen das heißt es könnte durchaus noch eins fallen für uns 25 minuten rum wird mal wieder Zeit vielleicht für einen Ausgleich das wäre glaube ich vor der Halbzeit ganz wichtig wir sollten jetzt hier nicht als Aufbau Gegner zählen Großchance für uns komm schon wir müssen doch mal aus diesen Chancen was machen wir machen eben nichts draus das ist das Problem Halbzeit das sah jetzt nicht so schlecht aus deswegen lassen wir es erstmal so nein die sind nicht zu stark bleiben mal locker unsere Mannschaft hat hier deutlich mehr vom Spiel Bauer müssen wir motivieren und Havel loben gute Ansprache weiter macht den Ausgleich erzielt die Führung wir brauchen die Tore wir brauchen die Punkte vor allem na jetzt mittlerweile kommt Oberstein noch ein bisschen besser in die Partie 62 Minuten rum na jetzt kommen die ersten Wechsel dann hängt das Spiel mal ein bisschen durch gute Chance für Oberstein wir wechseln auch mal aus Aqua nicht gut keine gute Leistung gebracht was machen wir Bauer vielleicht raus Sassel rein es fehlt eindeutig Minero in unserem Spiel komm schon wenigstens einen Punkt wenigstens einen Punkt 86 Minuten rum das wird nichts mehr und nochmal die Chance nein es ist zum verzweifeln man weiß nicht was man machen soll jetzt sind wir mittlerweile am letzten Platz angekommen haben fünf Niederlagen hintereinander die Frage ist warum sind wir noch Trainer das war's nein ok ich werde trotzdem an dieser Stelle mal die Folge beenden ich sage wenn es euch gefallen hat dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da auch ein Abo würde mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge vielleicht ist das dann die letzte Folge mit der TUS Koblenz also bis dann Ciao